Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Video. In dem heutigen Video habe ich eine Aufgabe mit dabei, die so super ähnlich in den vergangenen Jahren in Bayern in der Abiturprüfung gestellt wurde. Da gegeben war eine Funktion, also die aufgebaut war wie irgendeine ganz rationale Funktion, zweiten Grades multipliziert mit einer Wurzelfunktion. Und die erste Aufgabe stand dann darin, dass wir diesen maximalen Definitionsbereich bestimmen sollen. Und die zweite Aufgabe dann, dass wir davon die Nullstellen brechen sollten. Und ja, ich habe ein, zwei Zahlen verändert, doch das Lösen und das Vorgehen ist exakt dasselbe. Das kann ich euch schon mal versprechen. Und daher schauen wir uns jetzt einfach mal die Lösung zur ersten Teilaufgabe an. Erste Teilaufgabe, wir sollen den maximalen Definitionsbereich bestimmen. Es ist so, wir haben eine Multiplikation zwischen zwei Funktionen. Und die erste Funktion ist eine typische quadratische Funktion. Bei quadratischen Funktionen gibt es keine Einschränkungen, denn wenn du dich einmal erinnern möchtest, was war denn nochmal der Definitionsbereich? Das war im Endeffekt der Zahlbereich, den man in eine Funktion einsetzen darf. Denn es gibt so drei Funktionstypen, die können Einschränkungen haben. Das eine sind die geraden Wurzelfunktionen, das andere sind die gebrochen rationalen Funktionen und das dritte sind die Logarithmusfunktionen. Das heißt, bei dieser ersten Teilfunktion, das ist ja weder eine Wurzelfunktion, noch eine Logarithmusfunktion, noch eine gebrochen rationale Funktion, haben wir tatsächlich gar keine Einschränkungen. Das heißt, wenn wir für diese gesamte Funktion Einschränkungen finden können, dann liegt das hier an dieser Wurzelfunktion. Merkt ihr bitte, nur gerade Wurzelfunktionen können tatsächlich Einschränkungen haben. Also sowas wie die normale Wurzel, die vierte Wurzel, die sechste Wurzel. Wenn jetzt hier eine dritte Wurzel gestanden hätte, würde ich sofort sagen, okay, die erste Teilfunktion hat keine Einschränkungen, die zweite Teilfunktion hat keine Einschränkungen, also hat diese gesamte Funktion keine Einschränkungen. Aber hier haben wir nur mal eine gerade Wurzelfunktion. Es ist in den reellen Zahlen so, und in der Schule sind wir in den reellen Zahlen, also dann haben wir auch Einschränkungen tatsächlich, wenn diese gerade Wurzelfunktion negativ ist. Denn es ist ja so, wenn du zum Beispiel sagen würdest, ich möchte jetzt die Wurzel aus minus 4 ziehen, dann würdest du sagen, okay, in den reellen Zahlen geht das schlichtweg nicht. Wenn du das Ganze in deinen Taschenrechner eintragen würdest, dann würde der dir auch vermutlich sowas wie Error sagen. Denn eine gerade Wurzelfunktion ist nur für positiv oder für die Null definiert. Das bedeutet, man darf alles einsetzen, solange der Ausdruck, der unter der Wurzel ist, größer gleich Null ist. Also entweder gleich Null oder größer als Null. Wenn dieser Ausdruck allerdings negativ ist, dann hätten wir ein Problem. Also schnappen wir uns jetzt einfach mal genau diesen Ausdruck, also 2 minus x, und setzen diesen Ausdruck größer gleich Null und überlegen uns dann, hey, wie können wir denn jetzt diese Ungleichung lösen? Welche x darf ich also einsetzen? Ich löse jetzt diese Ungleichung nach x auf, also verrechne ich diese Ungleichung einmal mit plus x, dann bleibt links die 2 übrig, und rechts, bei der Ungleichung ist sie ja im Endeffekt genauso wie beim Gleichheitszeichen, man verrechnet immer beide Seiten, bei rechts sind wir dann bei Null plus x, Null plus x ist einfach nur x. So. Ich habe jetzt diese Ungleichung nach x aufgelöst, und diese Ungleichung sagt mir ja, die Spitze geht ja jetzt zum x, ich darf alle Zahlen einsetzen, die kleiner gleich 2 sind. Weil die 2 ist ja groß, also das Ungleichheitszeichen ist ja nach da geöffnet, die Öffnung ist bei der 2, das heißt, die 2 ist dann sozusagen die obere Grenze, und die Spitze geht dann ja zum x, also alles, was kleiner gleich 2 ist. Warum ist es so? Stell dir mal vor, ich würde jetzt hier zum Beispiel eine 3 einsetzen, dann steht dann ja 2 minus 3, 2 minus 3 ist minus 1, ja die normale Wurzel aus minus 1 funktioniert tatsächlich in den reellen Zahlen nicht. Wenn ich allerdings 2 einsetze, 2 minus 2 ist 0, die Wurzel aus 0 ist 0. Wenn ich die 1 einsetze, 2 minus 1 ist 1, die Wurzel aus 1 ist 1. Also ist hier der Definitionsbereich gefragt, es sind alle reellen Zahlen, mit einer Einschränkung, die Einschränkung kann man ganz gut hier oben einmal so notieren, alle reellen Zahlen, die kleiner gleich 2 sind. Das heißt, wenn ich dann auch in einer weiteren Rechnung, wenn ich zum Beispiel 0 stellen wie jetzt gleich, oder die Extrema oder was auch immer berechnen sollte, und ich Zahlen rauskriege, die größer als 2 sind, dann würde ich direkt hinschreiben, das ist zwar eine Lösung von dieser konkreten Rechnung, die ich da durchgeführt habe, aber sie passt nicht zu der Funktion, es gibt dann unter Umständen einfach kein Extrema oder keine 0 stellen oder was auch immer. Schauen wir uns mal die Lösung zur zweiten Teilaufgabe an, weil dann wird das, was ich jetzt gerade versucht habe zu erklären, auf jeden Fall nochmal deutlich logischer. Ähm, 0 stellen. Also hier oben siehst du nochmal den Definitionsbereich. Bei 0 stellen ist es ja immer so, wir schnappen uns als Bedingung die Ausgangsfunktion und setzen sie erst einmal gleich 0. Und dann im zweiten Schritt müssen wir natürlich diese Gleichung, die dadurch entstanden ist, einmal analysieren, damit wir uns dann für das richtige Vorgehen entscheiden können. Du siehst jetzt hier zwei Funktionen, die miteinander mal genommen werden und das Ergebnis soll 0 sein. Da gibt es den sogenannten Satz vom Nullprodukt. Den benutzt du übrigens auch schon wahrscheinlich seit der 9. Klasse, nachdem du ausgeklammert hast. Weil eine Malrechnung wird dann gleich 0, wenn eines der Faktoren, also die Dinge, die man miteinander malen und selber die 0 ist. Also komm hier bitte nicht auf die Idee, dass du die Klammer auflöst, sondern du darfst dir einfach diese beiden Faktoren einzeln schnappen und sie einzeln gleich 0 setzen. Da sind wir einmal bei x² minus 6x gleich 0. So, erste Gleichung und natürlich auch dann die zweite Gleichung mit der Wurzel aus 2 minus x gleich 0. Das erlaubt uns der Satz von Nullprodukt. Jetzt haben wir zwei Gleichungen, die wir einzeln lösen können. Wir kümmern uns als erstes einmal um die linke Gleichung. Hier haben wir eine typische ganz rationale Funktion. Zweiten Gerades, wir haben keine reine Zahl am Ende, also kann ich jetzt hier natürlich die Ausklammermethode verwenden. Wenn du möchtest, kannst du dir tatsächlich hier eine Plus 0 am Ende vorstellen und dann die pq-Formel oder die Mitternachtsformel drauf anwenden. Das würde allerdings fehleranfälliger sein und vermutlich auch einen Tick mehr Zeit in Anspruch nehmen. Und Zeit ist ja meistens in Klassenarbeiten oder Klausuren etwas, was man nicht so sonderlich viel hat. Daher ausklammern. Wir sehen alles, was durch ein Plus oder durch ein Minus getrennt ist, hat ein x. Wir können also ein x vor eine Klammer schreiben. So. Klammer wird zugehen. Ergebnis muss immer noch gleich 0 sein, denn wir wollen ja nur die Gleichung darüber umschreiben und stellen uns jetzt ganz konkret die Frage, womit muss ich ein x mal nehmen, um auf x² zu kommen? Genau, mit einem x. Denn x mal x ist x². Und danach, womit muss ich ein x mal nehmen, um auf minus 6x zu kommen? Genau, mit einer minus 6. Und auch hier können wir wieder den Satz vom Nullprodukt anwenden. Denn wir haben wieder irgendwas mal irgendwas gleich 0. Also genauso wie hier oben. Auch wenn diese bei unserer Ausgangsfunktion natürlich die Teiltherme deutlich aufwendiger oder komplizierter waren. Aber immer wenn du so etwas hast wie irgendwas mal irgendwas, wir könnten weitergehen, mal irgendwas mal irgendwas gleich 0, dann kannst du diese einzelnen Teile dir selber schnappen und einzeln gleich 0 setzen. Also, auch hier wieder Satz vom Nullprodukt. Wir schnappen uns dann den ersten Faktor und setzen ihn gleich 0. Und wir schnappen uns den zweiten Faktor und setzen ihn gleich 0. So. Erste Gleichung ist schon nach 0 aufgelöst, die zweite Gleichung können wir jetzt mit plus 6 verrechnen. Genau so. Lassen wir erstmal so stehen. Da kommen wir gleich nochmal kurz drauf zu sprechen, was das hier gerade bedeutet. Kümmern wir uns als erstes einmal um die zweite Gleichung. Hier möchte ich auch natürlich wieder das x als Lösung rausbekommen. Also muss ich jetzt erstmal überlegen, okay, wie kriege ich denn die Wurzel weg? Denn die Wurzel hat eine Umkehrfunktion. Das heißt, eine Funktion, mit der sie sich gegenseitig aufhebt. Und zwar ist es das Quadrieren. Also quadriere ich jetzt diese Gleichung. Also ich persönlich schreibe das immer ganz gerne so auf. Auf der linken Seite, Wurzel und Quadrat hebt sich weg. Der Ausdruck, der unter der Wurzel ist, also die Diskriminante bleibt dann übrig. Ja, und für rechts rechne ich 0 zum Quadrat. Ja, 0 zum Quadrat ist immer noch 0. So. Ja, jetzt muss ich diese Gleichung nach x auflösen. Also entweder verrechne ich sie jetzt direkt mit plus x oder ich hole erst die 2 rüber. Ich habe irgendwie die Angewohnheit, dass ich das x grundsätzlich auf der linken Seite stehen lasse. Also hole ich erst einmal die positive 2 durch Gegenrechnung auf die andere Seite. Bin dann genau hierbei. Jetzt muss noch das Minuszeichen weg. Minus x steht ja für minus 1 mal x. Also muss minus 1 mal weg. Ich teile also jetzt diese Gleichung durch minus 1. Und bin dann bei x gleich 2. Jetzt habe ich jetzt hier drei mögliche Ergebnisse meiner Gleichung bekommen. Und wir hatten am Anfang den Definitionsbereich bestimmt. Das heißt, den Zahlbereich, den wir tatsächlich einsetzen dürfen. Den siehst du auch nochmal hier. Und daher habe ich genau die Zahlen auch so gewählt, damit das, was ich dir gerade versucht habe zu erklären, hier nochmal angewendet wird. Ich darf jetzt tatsächlich ja nur Zahlen einsetzen, die kleiner gleich 2 sind. Also das funktioniert. Erste Nullstelle. Das funktioniert. Zweite Nullstelle. Das hier allerdings nicht. Weil die 6 ist ja nicht kleiner gleich 2. Diese 6 darf ich also gar nicht in meine Funktion einsetzen, weil dann würde ja hier diese Wurzel negativ werden. 2 minus 6 ist minus 4. Die Wurzel aus minus 4 funktioniert in den realen Zahlen einfach nicht. Also hat diese Funktion tatsächlich nur zwei Nullstellen. Einmal bei der 0 und einmal bei der 2. Ja, das war es für heute. Das war diese kleine Aufgabe, die so in Mathe im Abi gestellt wurde. Ich hoffe, dass dir jetzt klarer ist, wie man einen maximalen Definitionsbereich von Wurzelfunktionen bestimmt. Ich werde dir jetzt hier nochmal ein, zwei Videos reinpacken. Denn gerade, wenn es um den maximalen Definitionsbereich von Wurzelfunktionen geht, habe ich ja schon mal ein relativ aufwendiges, komplexes Video gemacht, das dir wirklich alles von kleinschrittig bis relativ schwer erklärt. Schau es dir super gerne mal an, wenn du das für deine Schule brauchst. Und darunter würde ich dich einfach mal bitten, abonniere super gerne mal diesen Kanal. Aktiviere unbedingt die Glocke, denn die Prozentzahl, die bei mir die Glocke tatsächlich aktiviert haben, ist verschwindend gering. Ich finde es immer wieder lustig, wenn manche meiner Kollegen darüber heulen, dass irgendwie nur 60 Prozent die Glocke aktiviert haben. Das sind Zahlen, von denen würde ich träumen. Wenn du mich also unterstützen möchtest, abonniere gerne und aktiviere vor allem die Glocke. Und das war es von mir für heute. Ich wünsche dir wie immer ganz, ganz viel Erfolg beim Lernen und ich hoffe, dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Und jetzt, nee, das habe ich schon. Und jetzt auf Wiedersehen. So. So.